Ich dachte, du wolltest keine Kinder. Ja, ich will auch keine Kinder. Ich hab damit abgeschlossen. Ja, aber dann versteh ich nicht, wie sowas passieren kann. Na, da hat jemand meine Pille manipuliert. Wie, deine Pille manipuliert? Und wer soll das bisher gewesen sein? Ich verwirsche den Christoph. Der hat die Pille manipuliert. Mama. Nein, ich habe es ihm eben gesagt. Als ob Christoph die Pille manipuliert ist, glaub ich nicht. Ja, aber er hat ihn gesagt haben. Und er hat sich gefreut. Ja, na klar, der hat sich gefreut. Warum auch nicht? Das ist doch genau das, was er wollte. Ja, aber ich...